jeder sag ihm bescheid dass wir da an den pflanzen bleiben zum fressen weil ich gehe da jetzt nicht weg und er soll aufpassen oben bei den um bei dem zu den zäunen ist ein t-rex noch vielleicht meine englische skills sind auch nicht mehr die besten aber es reicht aus für das wichtigste wir wartet schön auf uns wer weiß bescheid weil wir brauchen nur 30 punkte da können wir da bleiben ich will einmal hier die pflanzen sehen zum essen ich bringe ich ja dahin ich habe das irgendwie noch also ich meine ich war schon oft genug pflanzen fresse aber so richtig irgendwas gegessen habe ich noch nie gesehen wir sind zu drücken wir machen zwischen schaden ach so sehen die aus die fahren das sind die angesprochenen fahrenden die die kretak mal angesprochen hatte so mir geht schon gut genug ich habe mich jetzt in der bush als mich so offen hin so ich bin ja eh so ich so offensichtlich wird ein silbertablett sein das passt schon was hat geschrieben wir können schreiben dass wir warten und progression da sind mal meyers es bringt jetzt nichts doch irgendwo hin zu latschen wie Ich jetzt in den Busch, hier ist ein Ota. Ja, ja. So. Das geht nicht noch. Jetzt müssen wir eh warten bis wir 30 haben und fertig. Ich bin jetzt unnötig, jetzt noch irgendwo hin zu rennen, wo ein T-Rex oder so ist. Ja, das stimmt. Stell dir vor, wenn der Eis so richtig komisch wäre. Stell dir jetzt vor, hier wäre ein Busch weg und hier wären so einige Pflanzenfresser und wir wüssten das gar nicht. Könnte ja sein, ne? Ja. Stell dir das mal vor, in einem Busch konnten hier so viele Pflanzen fressen. Hier lauft ein Ota rum. Ich seh den nicht. Ich aber. Meinst du den Typ da oben am Fluss? Ne, der trinkt gerade. Ja, der trinkt. Ja, das meine ich ja. Fluss. Ja, der hat dein Brüllen gehört. Der guckt jetzt. Der ist in die falsche Richtung, soll ich denn unsere locken? Oh, Miro, ich töte dich gleich freiwillig. Ich kenne den anderen Busch. Wenn er noch weiter weg geht, dann provoziere ich ihn. Das ist gar nichts, wenn ich dabei bin. Dann kannst du von mir freiwillig sterben gehen. Aber nicht, wenn ich mit einem Busch hauge. Dann gehe ich raus. Lass ihn da, wo er ist. Erzmeyer wird es schon sowieso schon schwer genug zu überleben, weil ich jeder Idiot jagen will. Ja. Alter, bei mir bock der Kopf. Ja, schrei du nur. Ich weiß nicht, was das war. Ja, der ist Oma am Fressen. Das war der Uta, der ist jetzt Oma neben Tiziosaurus. Bewegst du dich rum? Jo. Oh, die kann ich gar nicht leiden. Ist da irgendwas in der Nähe? Ja, hallo. Ich gehe ganz langsam wieder zurück. Warum gehst du da raus? Ich fresse! Okay, ich dachte, hier wäre irgendwie Gefahr. Ich muss essen. Vielleicht gleich mal was trinken. Ich wusste ja nicht, ob da halt eine Gefahr ist oder nicht. Jetzt hau ich wieder meinen Buch auf. Tschüss. Tschüss. Ich seh dich nicht mehr. Warte, vielleicht finde ich dich. Warte, ich versuche dich jetzt zu finden. Also exakt, ob ich dich irgendwie visuell sehen kann. Ich glaube, da bist du. Nee, das war mir egal. Gebüsch. Nee, bist du da? Da befiegt sich was sehr extrem. Hallo und Wasser. Ja, auch dich zu bewegen. Ich hoffe, du bist ein Busch. Ja, ich bin ein Busch. Ich seh ihn, so sind ich. Ach, das sieht man ganz leicht. Tschüss. Ja, hau ab. Tschüss. Einfach ruhig bleiben. Die werden schon nicht großartig in dem Gebüsch rumdingen müssen. Es gibt Leute, die beißen in den Büschen rum. Ja, das ist ja folgendes. Das Risiko, das stell dir vor, da ist so ein großer Busch. Da hockt ein Akku drin und am Ende eine Ute hat da ein Drio drin. Da ist so, oh shit. Hier wäre echt so ein Fehl. Da könnte sich, hier könnte sich, glaube ich, sogar selbst ein T-Rex verstecken, oder? Nee, das ist der, du siehst ihn so, der Stego. Irgendwann, aber irgendwann, stell dir vor, du gehst als relativ großer hier rein und denkt sich jemand so, jetzt chill ich hier. Und dann stehst du auf und der so, fuck! Und du selber... Das ist mir passiert, ich bin als Ute in den Busch gerannt, da war in Paris drin und der hat dann die Kurve gekratzt, weil ich mich neben und guckte. Dem habe ich erst mal einen Herzschlag beigebracht. Aber überlebt nicht in Paris in Ute, oder wie? Weiß ich nicht, das ist jetzt 50-50. Wie sieht's denn aus? 17. Ich bewege mich wieder ein bisschen rum. Ich habe 21. Ich habe 17, okay. Kommt wieder ja drauf an, wenn man sich bewegt und interagiert, dass es vielleicht mehr dazu gibt. Na, keine Ahnung. Ich glaube, es ist weg, ne? Ich bewege mich ja eh schon rum. Schreib dir ja. Er darf kämpfen. Ah, siehst du das? Ja, er schreibt ja, weil er es gedroht hat. auch damit kann man sich auch die progression points hoch werden einfach nur essen müssen ja was ist mit den leuten die hinterher fressen wollte ruhig wie viel wird es noch fressen du hast doch schon 25 punkte ich habe 29 jetzt ja das meinte ich ja gerade ja ich habe jetzt nur die 29 jetzt gehe ich in dem progression ding außerdem hat tag auch gesagt dass man das ist noch nur 25 hatte ich guck mal noch kann ich gar nicht gucken bestimmt ja es ist meier der war glaube ich 30 ich habe mir 25 gemeldet ich dachte schon so die die frist ja alles weg der mehtre ich hatte ja es ist halt das gute für den pflanzenfresser also ich gucke nur gerade so ein denkmal so da hätten wir gleich sofort uns ja die punkte zusammenholen können wir werden wahrscheinlich sehr viel als maja fressen müssen ja schon tun gebraucht 100 das heißt wir müssen so eine stelle wie gerade eben wieder finden jetzt habe ich mir nicht mehr maja saures ne ja maja danach haben wir den chandungo das haben wir mitunter eigentlich schon der stärkste oder unter den pflanzenfressern der puerto noch der lang halt zu leben ja aber mit dem kannst du dich ich sehe dich gut wir sind aber ein bisschen weg was war noch minus 100 ich gucke wo wir sind hier irgendwo kann man auch ich komme schon langsam zu dir ja das ist natürlich ein vorteil als pflanzenfresser damals war es ja eine zeit lang so dass du ja nur mit pflanzen essen deine punkte gesammelt hast wir sind hier hier gibt es futter ich glaube ich sehe das futter sogar oder das sollte futter sein wenn mich mein auge nicht trügt wahrscheinlich gehst du auch dahin weil ich sie über diese bambus dinge da ne ich weiß jetzt nicht ich gehe jetzt hier über den berg und dann sollte ich glaube ich mal da vorne oder sollte das futter sein wird rechts von dir wenn es das ist was ich denke dann ja ist das nicht ist das was anderes ich gehe jetzt dahin wir sind blumen nein ich gehe jetzt dahin wo ich denke dass da futter gibt wo die blumen habe ich voll verarscht sollte es vielleicht bei mir sind ja ich bin doch bei dir lassen paar fahren ja da gibt es genug zu essen aber zuerst mal am besten die lage ausstecken duck dich mal man kann dich als pflanzenfresser nicht ducken ach hier siehst du gar nicht mal essen das ist doch voll nicht verarscht ja aber oder ich denke nicht das ist alles hier wegen der vegetation hier so am aussehen ist ein bisschen anders aus das essen wir müssen einen anderen punkt finden am besten so einen punkt wie gerade eben da war ja bei minus 100 noch irgendwas und keine ahnung minus 130 und minus 130 und minus 100 also wir müssen beide ins minus auf jeden fall schaffen dann laufen wir ein bisschen falsch ich gucke jetzt erst generell weil hier gibt es auch futter das erstmal haben wir hier na doch nicht das map ender ich dachte schon na doch haben wir doch nicht das map ender na doch bist du schon wieder müde wer denn warum hast du gehen oder das siehst du als gehen wenn man ganz normal atmet ich will es ja nicht das ist echt so ein das muss ich echt erwähnen leila hat irgendwie so ein komplex dass sie jedes mal denkt dass ich gehe okay das kann man durch gar nicht pressen das ist halt wirklich nur die dekoration hier sieht hier hat nur so aus weil das hier bist du grünlicher ist halt am wasser eine oase halt gar nicht auffällig auf dem feldweg ja die meisten sind da im wasserlandes nähe dahinten ja schon aber ich meine da vorne glaube ich habe ich was zischen rumzischen sehen doch nicht müssen wir so viele pflanzen fressen wie nur möglich alter das sind wir reich das ist so als pflanzenfresser weißt du hast du das wie die frage ist wo müssen wir hin wir gehen halt immer bis jetzt was gewagt ist ich gehe dringten in der richtung müssen wir eh so hingehen wenn wir so den punkt wie beim letzten mal dann müssen wir ja auch durchs wasser durch am besten da gehe ich da hinten lang ich gehe durch du kannst dich schwimmen du bist ja eher schon zehn jahren da drüben du bist vor langsamem wasser okay ich probiere es aus jetzt der schwimmbark hast ne ist mir egal wenn meine zuschauer allein na gut jetzt bekomme ich hier nicht richtig rüber ich komme hier nicht hoch hab ich mir schon gedacht dass es so ist ja ich probiere es ja noch wenn bei uns irgendwie die leute silvester feiern am 21.6 kennt man ja hier müsste doch normalerweise auch essen sein das ist doch jeder sonst so so ich komme wieder zurück habe ich halt verkackt ich habe halt bis so rumprobieren leider macht halt entdeckungstour ja ich habe versucht was zu fressen sag ja entdeckungstour eine schwimmansicht ging ja sogar recht schnell aber dann habe ich es verkackt kann man hier irgendwas fressen ne da sind wir ja lang gelatscht ne ich komme ja oh gott da bewegt sich was im wasser ja da habe ich schon irgendwas gesehen davor ist also doch was da wir gehen da nicht lang wir gehen den anderen weg nicht den anderen weg nach links rum ja 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 noch weiter außen rum ja willst du in den Spino reinlatschen ja Mann du Jammerphilip ey da geht der tötet dich was ist denn mit dir los jetzt plötzlich also ich habe keinen bock durch den und ja ich war ja ich weiß was du nicht warum du jetzt drauf bist schlägst mal bisschen der wird zu uns schwimmen wir sollten das jetzt ausnutzen dann sollten wir hier einfach in gebüsch ne wir gehen nicht ins gebüsch ne ich meine wir müssen hier hinterm gebüsch sein das meine ich ich bin schon fast so gedrillt raus zu gehen und zu warten das ist eine miese taktik und hier ist was zu fressen ach leck mich da ja ich komme dann an Leila hat schon alles abgefressen so ich schlägst mich ja langsam dahin und waren wir doch nicht weit weg vom essen ja wir müssen uns verstecken noch sehe ich halt nix warte hier ist so viel zu essen ey du isst jetzt wahrscheinlich auch wie eine verrückte ja warum nicht ja ich weiß das ist ja unser gutes recht als pflanzenfresser kommen wir umso schneller durch die punkte wie viel brauchen wir 100 also friss so viel du kannst scheiß auf die nächste generation jetzt ist unsere zeit gekommen leider wenn jemand von uns beiden gefressen wird dann werde ich es 25 ah was ist da was ist da was ja na hallo dann sag doch mal was mal kaputt der bewegt sich gar nicht der macht wahrscheinlich grad progression das war aufs bino sitzen bei mir aus ich muss mich auf jeden fall hinlegen alter du mieser drecksack ich tisch ein bisschen ab ja ich bin tot natürlich sieht so aus ja ich muss ja wieder hin das ist richtig er hat fressen gehabt diese drecksau diese kleine hurensohn er hat er dich noch weiter verfolgt hat er mich erwartet du kleiner drecksack das melde ich dem community server der freut sich drüber was ist das was ich geschrieben habe die hocken dann da erwarten und töten ich dann